Gibt das Produkt, so wie wir es gesucht haben, gab es auf dem Markt nicht. Der große Unterschied ist ja, es ist ja kein billiges Produkt. Die Laufgelder werden von Hand gebaut, alles ist aufeinander abgestimmt. Also es ist wirklich ein absoluter Top-Laufgelder zu jetzt. Der Grundstein für unser Produkt ist einfach, dass wir ein zuverlässiges, stabiles Produkt bieten können, zu einem fairen Preis. Wo der Kunde auch weiß, er hat etwas, worauf er sich verlassen kann. Der Preis, und das ist ja die Wahrheit, nur deshalb zustande kommen kann, weil ihr lasst das Laufgelder herstellen und sich niemand dazwischen. Dann kann der Kunde auch viel besser verstehen, warum er zu dem Preis ein besseres Laufrad bekommt, als wenn er irgendwo anders ein Laufrad zu dem Preis kauft. Ja, ich denke, rausgekommen ist wirklich ein Top-Produkt mit einem absoluten Spitzengewicht, super Stabilität. Ich bin gespannt, was unsere Kunden dazu sagen können. Ja, ich bin gespannt, was meine Kunden dazu gehört,